So, wir fahren jetzt auf die Autobahn, auf der unbegrenzt herrscht. Sehr geil, was fährt denn der Spitze? Ca. 180, aber wir wollen es nicht provozieren. Heißt ja unbegrenzt, also kann ich noch etwas schneller sein. Solange du die Kontrolle über dein Kfz hast, habe ich nichts gegen. Na Allah. Weltklasse, das letzte Mal bin ich auf der Landstraße so schnell gefahren. Was? Was? Ey, du fährst 180, das langt jetzt. Ja, da geht noch mehr. Bei der Anfahrt zur nächsten Stadt müssen wir die Geschwindigkeitsbegrenzung beachten. Mindestens 50 kmh und maximal 180 kmh. Gut, als treuer Bundesbürger will ich ja den Verkehr nicht aufhalten, ne? Ich verlangsame mal auf 180. Oh Mann.